Heute sind wir mal bei dem Krokodil. Es ist gar nicht so klein und er schaut aus als würde er gehen. Jetzt macht er gar nichts mehr. Aber der ist groß. Das ist ja gar nicht so ein kleiner. Naja, das wollen wir ja nicht hoffen. Der ist aber schon auf dem Weg Richtung Wasser. Also dann, Krokodilie. Hier im Park. Hallo, hier ist die Conny. Und ich stehe hier im Rosengarten. Also eine ganz besondere Location, weil in unserem heißen Klima ist es ja gar nicht so einfach. Aber immerhin. Ich stehe in einem wunderschönen Pavillon mit wunderschönen, blühenden Rosen in allerlei Farben. Schauen wir uns genauer an. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020